Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Heute mal ohne Schnitt. Also jetzt gibt es erst das Pack Opening und dann gibt es direkt die Spiele. Und ich habe letzte Woche dann noch unter Kopfschmerzen zwei oder drei Spiele, glaube ich, gemacht für Gold 2. Ich habe die aber nicht aufgezeichnet, weil ich mich da besser konzentrieren kann und ich auch keinen Bock mehr hatte zu reden mit den Kopfschmerzen. Deswegen habe ich die nicht aufgezeichnet, ganz einfach. Und du hast Aufgaben abgeschlossen, aber die Belohnungen nicht abgerufen. Sie wurden automatisch in den Verein verschoben. Okay, und woher weiß ich, was das war? Toll. Egal, holen wir erstmal die Belohnungen ab. Schauen wir mal, Megaset Premium 30.000 Coins. Danke. Machen wir mal die Packs auf, bevor wir spielen. Letzte Woche hatten wir Infom Koulibaly. Also ich will gar nicht sagen, ach ja, es ist gerade Team of the Year. Also ich könnte rein theoretischerweise Team of the Year Spieler ziehen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt nur bestimmte ziehen kann oder alle. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ja, ist es mir egal, wie die Packs dieses Mal aussehen. Ich habe letztes Mal Infom Koulibaly gezogen. Was will ich mehr? Und dann hatte ich auch noch ein vorletztes Opening, was im letzten mit drin war, wo ich dann auch diesen billigen Infom Goldspieler gezogen habe. Also ja, es ist kein Leinwandspieler. Aber ich brauche mich nicht aufregen. Ich bin zufrieden mit den letzten Openings. Von daher alles gut. Und ich denke mal, Bellari mit 95 Tempo als Rechtsverteidiger ist vielleicht sogar jetzt noch ein bisschen was wert, oder? Sag ich doch. 2.7 2.9 2.5 2.2 2.000 habe ich gerade gesehen. Okay, es geht halt schon noch recht weit runter. Ich mache mal 1.8. Ich mache mal 1.8 und hoffe, dass er da weg geht. Aber alles über 1.000 für einen seltenen, billigen Goldspieler. Oh krass, da wird so viel wert gewesen am Anfang. 95 PS, ey. Oha, diesmal keinen Silberspieler. Haben wir das überhaupt schon mal gehabt? Dass wir keinen Silberspieler mit in dem Pack hatten. Manchmal hatten wir ja sogar schon 2. Ich glaube, wir hatten auch schon einmal 3. Gale. Der war doch am Anfang bestimmt auch schön. Aber ist auch jetzt nicht so wert. Ich wollte ja in den Verein, aber wieder das Steuerkreuz. Ich verstehe nicht, warum manchmal das Steuerkreuz im Menü mega krass hängt. Das nervt. Die anderen packen auch alle auf die Transferliste. Boruk, den haben wir doppelt. 700, 600, er wird für 500 weggehen. Und dann haben wir noch unser Megaset. Mal gucken, was da drin ist. Ich hätte ja trotzdem gehofft, dass irgendwas geiles drin ist, aber naja. Die türkische Liga gibt sich viele Spieler. Vielleicht ist da ein bisschen was wert. 2-2. 1-8 habe ich hier gerade gesehen. Okay, dann stellen wir unser Verein 1-7 rein. Ja gut, Sirigu ist eh nichts wert. Oh, 1-1. Ja, ich wollte schon sagen. Das kann ja gar nicht sein. Schauen wir noch Chutly nach. Auch nichts wert. Dann schaue ich nur noch den Silberspieler wert. Die Goldspieler sind eh nichts wert. Die packe ich erstmal auf die Transferliste. Obi! Alles im Obi. Uh, der ist vielleicht was wert. 7.000? 7.000 ist der billigste. Nice! Dann stellen wir uns nochmal für 6-8 rein. Alles im Obi. Wie? Wieder viele Verträge. Moin, wer war das? Ah, Serb. Ist der aus Serbien? Guck mal, was das wert ist. 1.000? Na, kriegen wir wahrscheinlich für 900 los. Spielerheilung Fuß. Können wir behalten. Alle Attribute plus 10 ist Schnuddi, Schnudzi, Schnudzi, Dutz, Rotz. Brauchen wir nicht. 2-8. Alter, wer kauft denn so ein Müll? Wer benutzt denn das ernsthaft? Das ist doch total sinnlos. 2-8. Ok, ich 2-7. Ich stehe mal meinen für 2-5 rein. DeadEye und Hunter. Hunter ist 5.000 wert. Ich behalte ihn natürlich selber. Vielleicht brauchen wir den irgendwann mal. Aber ist wie gesagt 5k wert. Nice. Das war gar nicht so schlecht, das Packen. Silberspiele für fast 7.000. Hunter geht eigentlich. So, den Rest in den Verein. Jetzt nochmal zwei Spiele. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ich habe natürlich unter der Woche wieder gar nicht gespielt. Also eingespielt bin ich nicht. Aber ich versuche so zu spielen wie am Anfang letzter Woche. Schön ruhig bleiben. Ich hatte trotzdem ein Haufen Spiele verloren, aber ich war trotzdem zufrieden mit meinem Spiel. Wir müssen wieder Bundesliga spielen, was ganz cool ist. Weil ich habe einen neuen Spieler. Und zwar habe ich... Werner ist blöd, den brauchen wir nicht auf Transferliste. Und da ich Werner nicht so gerne habe, habe ich mir... Informwerner geholt! Yeah Baby! Sehr geil! Der war so billig. Gerade mal knapp 50.000. Weil jetzt Team of the Year Karten draußen sind und Haufen Packs gezogen werden. Da werden uns auf jeden Fall über 100.000. Sehr geil! Informwerner, richtig geile Werte auf jeden Fall. Total crazy. Und... Dem können wir jetzt nämlich auch Maestro geben. Es ist einfach so viel kompletter. Es ist jetzt so, so krass viel kompletter. Stellungsspiel... Ist jetzt schon bei 91. Abschluss bei 92. Fernschluss ist ein bisschen besser geworden. Volleyes bei 87. Dann hat er auch schon einen Kurzpasswert von 79. Dann auch super geile Dribblingwerte. Beweglichkeit 84. Balance 81. Reaktion 90. Ballkontrolle 88. Dribbling 87. Ausdauer ist auf 80 hochgegangen. Und wir geben ihm Maestro. Da bekommt er 96 Stellungsspiel, 97 Abschluss. 82 Fernschüsse. Ich glaube Schusskraft, weiß ich gar nicht, ob die auch auf 10 geboostet wird. Oder um 5. Volleyes geht über 90. Kurzer Pass geht auf 86. Also... Ne Quatsch. Auf 86 geht er gar nicht. Das wäre dann ein plus 7. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bekommt er sehr geile Werte. Wir brauchen ihn kein Sniper mehr geben. Sondern... Kommt er halt mit... Bitte habe jetzt Maestro noch. Mit Maestro Dribbling Schuss Pass kommen wir da einfach viel besser. Und ich denke, der wird jetzt definitiv gefährlich sein. Was war noch mal seine körperliche? Ja, Stärke 60. Aber ist egal. Ich fand ihn körperlich immer gar nicht so schlecht, wie er von manchen dargestellt wird. Und... Von daher... Schauen wir mal. Ich denke mal, was halt vor allem jetzt wichtig... Oder was vor allem mich freut... Sind natürlich erstmal seine Fernschüsse, klar. Aber ich glaube noch wichtiger als seine Fernschüsse... Die haben wir eh nicht so oft gemacht. Und da haben wir trotzdem ab und zu mal einen geilen hinbekommen. Noch wichtiger ist einfach sein Passwert. Weil das kam wirklich häufiger mal vor, dass er einfach einen Pass verkackt hat. Weil er einfach so schlechte Passwerte hatte. Und da bekommt er jetzt halt echt gute mit Maestro. Vorher hat man ihn halt... Aber das ist ein krasses Team mit... Es müsste Keen sein, genau. Und dann noch... Player of the Man. Ist geil. Zwei Player of the Man. Ähm... Ich weiß gar nicht was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Vorher hatten wir ihm ja Sniper gegeben. Was halt... Den... Passwert gar nicht boostet. Sondern jetzt konzentrieren wir uns. Vor allem mit der Abwehr wieder... Versuchen solide zu stehen. Schöner Pass am Arangis. Aber den hätte ich mir nicht vorlegen dürfen. Scheiße. Was? Es war doch schon wieder eindeutig Ball gespielt. Oh, echt. Dreh durch. Fast. Schöner Pass. Schade. Oh, das Dribbling fühlt sich richtig geil an von Werner. Schöner Schuss. Schade. Also der Gegner hat auf jeden Fall massive Probleme in der Abwehr bisher. Gerade was die Dribblings angeht. Also das zu verteidigen. Schade. Oh, schlechte Ballannahme mit Kimmich. Schon wieder so ein schlechter Pass. Also nicht nur in der Abwehr, sondern auch im... Schade. Schade. Spielaufbau massive Probleme, wie mir scheint. Hier musste ich jetzt leider passen. Deswegen ist der schlechte Pass. Warte, ich warte mal an mir im Strafraum oder am Strafraum. Ich glaube nicht, ne? Ja, da ein bisschen Glück. Gibt's gar nicht. done. Ich ... Nein, sooo, sehr schön, hat sich aber mehr als angedeutet, dass da irgendwann was passiert, weil, ja, der Gegner irgendwie hinten wie vorn nicht so gut gespielt hat, aber hauptsache halt zwei ultra teure Squad-Building-Challenge-Spieler davon drin stehen. 4-4-2 ist auch ne Formation, die nicht wirklich oft gespielt wird. Schöne Jubel-Pose auch von Werner auf dem Bild. Schade, knapp. Hat er ganz gut gespielt, muss man zugeben, zum Glück stein er noch Ginter im Weg. Oh, was ein Lacker, krass! Egal, nicht aufregen, wir sind die bessere Mannschaft, wir spielen besser, das war ein super krasses Lackertor, da stehen zwei Spieler von mir, ich weiß nicht, was die machen, macht einen übelst krassen Seitfallzieher, der an den Pfosten und reingeht und, naja, was soll's. Schade. Abgefälscht vom eigenen Mann. Kann ich doch nicht. Na toll, na toll, Vidal, oh, ich kann wieder nicht auf Vidal wechseln. Ah, ich reg mich schon wieder auf, umreg ich mich auf, verdammt, ist doch alles gut. Abgefälscht. Das Mal hab ich gesehen, dass es der Gegner war. Schöner Kopfball, aber da stand auch noch ein Gegner auf der Linie, also es ist unwahrscheinlich, nicht, dass es dabei geklappt hätte. nicht, dass es wieder gut ist. Oh, da hat er wieder Glück. Es war schön gedribbelt, er war einfach schwach. Oh, verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Man redet das sogar noch zum Einwurf. Krass. Schön abgefangen von Ginter. Schade. Verdammt, verdammt! Verdammt! Come on! Mal eine Ecke von der Seite. Come on! Oh! Bei ihm ist Alun drin gewesen, bei mir natürlich Alun raus. Schönes Pace-Tor. Fuck you! Egal, drehen wir halt das Spiel. Ist natürlich total unverdient, aber was soll's. Salah halt individuelle Klasse. Weil meine Verteidiger wieder keinen Bock haben und er einfach zwischen zwei durchstribbeln darf. Egal, wir gewinnen das Spiel trotzdem noch. Bei den ganzen Fehlern, die der Gegner macht, ist nur eine Frage der Zeit, bevor wir hier den Ausgleich schießen. Ich hab ein. Ich hab ein. Und ich hab ein. Ich hab ein. Und ich hab ein. Boah, das gibt's doch nicht. Fällt mir ein, vielleicht wäre es ganz gut, mal aufs 4-2-2 zu wechseln, weil der Gegner bestimmt Probleme damit hat, wenn man... Schade. Wenn man zwei Stürmer von hat und dadurch bessere Doppelpässe spielen kann. Oh nein, nicht schon wieder so eine Scheiße. Schon wieder so ein Scheißtor. Wieder nur über dreckige Pace. Egal, wir gehen aufs 4-2-2-2 und drehen damit das Spiel. So krass, wir machen das Spiel, der Gegner lacht sich die Tore. Unglaublich, egal, wir bleiben ruhig. Ruhig, hier können wir sogar schon wechseln und der Bailey eigentlich auch. Ansonsten verlieren wir halt das erste Spiel wieder unverdient, ist mir auch egal. Das bin ich ja gewohnt. Da wollte ich nicht hinpassen. Das war ein dummer Laufpass von mir, gebe ich zu. noch mal. Vielen Dank. Nice luck. Nice doppel luck. Ja, wir werden es wieder verlieren. Ich sehe es. Was sonst? Krasse Grätsche. Nice luck. Oh. Einfach ruhig bleiben. Gegner hat so krass schlecht gespielt in der ersten Hälfte. Das ist unglaublich. Nach hinten wie nach vorn. Und dann schießt er halt diesen verfluchten Lackerausgleich und plötzlich ist alles anders. Es ist aber klar bei solchen Aktionen, dass es dann irgendwann gegenein läuft. Oh ey, das gibt es doch nicht. Wie Glück kann man denn haben? So ein scheiß Lacker ey, unglaublich. Komplett unverdient, komplett unverdient. Ich hätte einfach in der ersten Hälfte schon drei, vier Tore machen müssen. Egal, Spiel abhaken, aufs nächste warten. Brecht jetzt logischerweise nicht erst noch ab oder so. Soll er sich freuen über sein Lackersieg. Oh, dann wird natürlich noch getunnelt. Und dann hätte ich meine Formation gar nicht wechseln sollen. Irgendwie lief die erst am besten. Und Tschech hat natürlich auch schon wieder großartige Paraden gehabt, muss man auch sagen. Und dann geht es um... Vielen Dank. Das war ein Fehler, meine Formation zu wechseln, definitiv. Vielen Dank. Schade, aber immerhin hat Werner im ersten Spiel auch ein Tor gemacht, ist doch schon mal nicht schlecht. Na ja, dann hoffen wir mal, dass das zweite oder das erste mit der Brasilianer Mannschaft, dass das jetzt wenigstens gewonnen wird. Ach, das ärgert mich. Mann! Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, was ich hier anders machen könnte. Fuck you. Ach man ey, es macht zwar irgendwie Spaß FIFA 18, aber es ist einfach so viel mehr Variantz drin in FIFA 18 als in FIFA 17. Da sieht es ja auch an meinen Ergebnissen. Ein FIFA 17 war auch viel Glück dabei, es ist in jedem FIFA viel Glück dabei. Es ist klar, wenn man hier sechs Minuten spielt oder so, pro Halbzeit. Aber, krasses Team, aber, aber schwerste Torhüter, aber es ist ein FIFA 18 auf jeden Fall schlimmer, ey. Und wie gesagt, ich verstehe es nicht. Die erste Halbzeit, er spielt so schlecht, spielt so scheiße, hat so viel Glück, dass er nicht drei, vier Tore frisst. Und dann plötzlich läuft es ganz anders, obwohl er nicht geändert hat. Egal, wir bleiben jetzt hier ruhig und gewinnen. Es ist ja auch egal, ob ich da rangehe mit Demut und sage, ich verliere oder ob ich rangehe, ich gewinne. Es hat keinen Einfluss aufs Spiel. Ich meine, ich habe so viele Spiele verloren letzte Woche. Es ist dann im Endeffekt trotzdem wieder Gold 2 geboten, aber... Dass ich hier mal mit 10-2 oder so starte, wie das halt in FIFA 17 dann häufiger mal der Fall war, das ist irgendwie ganz komplett vergessen. Egal, bleiben wir ruhig, Abwehrverein stabil. Schade. Boah, krass gehalten von Bad Lind. Was ist da los? Schade. Ich habe mich direkt auf passen gedrückt. Gegner ist ziemlich aggressiv, glaube ich. Bonso starte. Gut. Was ist das? Was ist das? Eigentlich. Ganz sicher. Was ist das? 자가? Oh, ey, der ist doch viel zu weit, oder? Och, macht er denn da will hier in Inform? Oh, ey, der ist doch gar nicht so gut, aber er hat ihn auch sehr schnell als Rippelsteiger-Spieler, das wird schwierig. Lass man den Leute ruhig ein bisschen hin und her rennen. Oh, Junge, das macht doch mal anständige Pässe. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, nein. Ja, ja. Sehr schön. Sehr flüssiges Spiel auf jeden Fall, wie man sieht. Was war das denn? Oh, geil. Hätte ich nicht gedacht, dass Willian das schafft, aber er macht's. Nice. Man hat natürlich ein Lagertor. Habt vor allem. So, und jetzt ruhig bleiben. Vor allem gute Verteidigung haben wir eigentlich bisher gut gemacht gegen ihn. Ach, da wollte ich nicht entpassen. Oh, schlecht gedribbelt von mir. Schade. Ich hab dreimal auf Passen gedrückt. Oh. Oh. Und? Oh, schade. Das haben wir ganz gut ausgespielt dafür, dass es halt wirklich super eng war. Er kommt gar nicht durch unsere Verteidigung bisher durch. Das war scheiße von mir. Er hat vor allem total Probleme mit meinen Sechsern, Ellen und Casimiro. Er hat mich fast Willian angespielt, die am Abseits war, aber... Er hat mich fast Willian angespielt, die am Abseits war, aber... Oh, fuck! Buttlin draußen, wir hätten nur einschieben müssen, aber Pass kam's ungenau. Nullmal geschossen, wir haben ihn komplett dominiert und passt auf, am Ende verlier ich 4-1 oder so. Weil er jetzt mit jedem Schuss aus 100 Meter ein Tor macht. Das wäre sehr passend. Oh, ich wollte reingrätschen, hat aber den Ball schon. Sehr geil. Oh, er hat aus 100 Metern geschossen, er war nicht drin, ne? Hätte ich nicht gedacht. Geh doch mal ran, oh... Geil, 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 geiles Lager-Tor. Geiles Lager-Tor. Ja, macht einen Spastentanz dazu, er passt zu dem Tor. Egal, wir sind der bessere Spieler, ich hab's zwar im letzten Spiel auch gedacht, wir sind der bessere Spieler, wir werden das Ding schon gewinnen, aber es wird natürlich jetzt wahrscheinlich wieder so laufen wie im letzten Spiel, wir werden verlieren. Weil halt einfach der gewinnt, der mehr Glück hat und nicht der, der besser spielt. Was, war ein Foul vom Gegner? Okay, mein Foul, denke ich, aber was soll es... Was, war ein Foul vom Gegner? Okay, mein Foul, denke ich, aber was soll es... Und meine Meinung nach, auch wieder Ball gespielt. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Hat keinen Druck bei der Hände bekommen, war quasi im Fallen. Scheiße gedribbelt von mir. Das wollen wir uns mal nicht übertreiben. Außenrum der Pass, dann kommt auch an. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Wie ich einfach gesehen hab, dass William da komplett frei ist und ich ihn anflanken wollte. Ich wusste nicht, ob's klappt, aber es hat geklappt. Ach fuck, ich hab gehofft, er macht den Pschschsch. Das wäre jetzt sehr passend gewesen. Aber so geht's auch. Ne, mal rüber auf den freien William. Da hab ich gewusst, ich hab die Zeit, den Ball anzunehmen, hab ich auch gemacht. Und dann hab ich versucht, den Flach reinzuschieben. Hat auch geklappt. So, und jetzt bitte nicht wieder so einen Kaktor von ihm. Der berühmte Anschluss-Bug, oder wie man ihn nennt, keine Ahnung. Ich hab alles probiert, ich hab versucht, ihn wegzugrätschen. Er tunnelt am Ende auch nochmal. Es ist, ey, egal. Nein, ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach gibt's diesen Anschluss-Bug nicht, aber es gibt ja Leute, die da meinen und sind, es gibt ihn. Weil ich krieg das irgendwie nicht wirklich oft hin, dass der direkt nach dem Anschluss dann wieder reingeht beim Gegner. Von daher glaub ich nicht, dass es einen gibt. Also, wenn er jetzt noch wirklich das Spiel dreht und 3-2 gewinnt, dann muss ich wahrscheinlich ausrasten. Erster Abstoß von uns. War natürlich auch wieder ein Lackertor beim Gegner, logisch. Okay, hat er gut gespielt, muss ich zugeben. Nice luck. Und ich verliere das Spiel auch schon wieder. Geil. Ich werde logischerweise jetzt kein Turm mehr schießen. So unverliebt, Alter. Er hat nullmal geschossen in der ersten Hälfte. So eine Scheiße schon wieder. Richtig geil. Super geiles Spiel. Das ist ein Foul. Da wollte ich nicht hinpassen. Das ist ein Foul. Getunnelt. Natürlich hält Butler in den dann, ist er auch der beste Drüder der Welt. Schöner Pass von Raphael. Wir haben einen Foul. Wir gehen. Das ist ein guter Mann. Wichser Torhüter, das war schon Schiedsrichter, schön vor der Hälfte abfalten, ich mein Konter nicht spielen kann, ach egal, bis zum nächsten Mal.